Jetzt spricht Sylvia Wollny Klartext und äußert sich zu den Trennungsgerüchten um Harald. Ist etwa alles aus zwischen Wollny überhaupt Sylvia und ihrem Harald? Eigentlich scheint es bei den Wollnys gerade recht harmonisch zuzugehen, Sarafina Wollny hat gerade erst Zwillinge bekommen und machte Mama Sylvia somit erneut zur Oma. Doch immer wieder vermuten die Fans, dass die Liebe zwischen ihr und Harald erloschen ist. Vor wenigen Tagen hat sich Sylvia erneut auf Instagram den Fragen ihrer Fans gestellt. Nachdem Sylvia und Harald sich 2018 verlobt haben und die für 2020 geplante Hochzeit aus gesundheitlichen Gründen von Harald vorerst abgesagt werden musste, begannen die Spekulationen um eine Trennung von Harald. Die Gerüchte halten sich seitdem und werden immer wieder in ihren Fragerunden bei Instagram von den Fans thematisiert, sehr zum Ärger von Sylvia Wollny, die dafür absolut kein Verständnis mehr zu haben scheint. In ihrer Instagram-Story macht sie ihrem Ärger Luft und bittet ihre Fans endlich aufzuhören danach zu fragen, denn sie habe schon mehrfach klargestellt, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Harald liegt jeden Abend bei mir im Bett, betont sie sichtlich verärgert, und daran werde sich auch nichts ändern. Zwischen den beiden sei nach wie vor alles in Ordnung. Zwischen den beiden sei nach wie vor alles in Ordnung.